Yo Leute was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Minecraft Tutorial. Heute werde ich euch zeigen wie man diese kleine und sehr effiziente Glowberry Farm bauen kann. Also eine Farm in der wir die neuen Leuchtbeeren farmen können. Und diese Farm ist ziemlich krass. Ich habe nämlich in einer einzigen Minute schon über 900 Glowberries mit dieser Farm erfarmt. Und das obwohl sie so einfach zu bauen ist. Hier seht ihr jetzt einmal die Items die wir für diese Farm brauchen. Ihr seht wirklich was besonderes ist da nicht dabei. Wir brauchen allerdings erstmal eine Leuchtbeere um damit dann auch anzufangen. Das einzige Problem bei dieser Farm ist dass wir hier Bohnenmeal auch sehr viel verbrauchen. Denn die Farm ist extrem schnell und deswegen verbrauchen wir auch sehr sehr viel Bohnenmeal. Alternativ könnte ich euch auch mal eine Farm zeigen wo wir keinen Bohnenmeal brauchen für diese Glowberries. Allerdings sind die dann natürlich ein wenig langsamer. Jetzt würde ich aber sagen fangen wir erstmal mit dem Bau dieser kleinen Farm an. Zuerst platzieren wir einfach eine Kiste und an diese Kiste rankommt dann nochmal ein Trichter. Ihr könnt dann natürlich auch noch ein größeres Lager hier hin bauen. Allerdings würde das jetzt hier erstmal fürs Tutorial reichen. Was wir dann machen ist wir platzieren hier dann einmal einen Block. Auf diesem Block drauf kommt ein Dispenser und auf den Dispenser drauf kommt nochmal ein Block. Und dann kommen hier vorne nochmal zwei Blöcke hin. Und dann können wir hier einmal hochspringen und dann nochmal einen Observer platzieren der mit dem roten Punkt nach oben zeigt. Und das Gesicht zeigt hier nach unten. Der wird nämlich später das Wachstum von der Pflanze hier erkennen. Also wenn hier jetzt sich was ändert also wenn es jetzt zum Beispiel so ist dann würde er ein Redzone Signal rausschicken. Und damit soll er den Dispenser anmachen. Das bedeutet wir müssen hier einmal zweimal Redzone hinlegen. Und jedes Mal wenn jetzt hier eine Veränderung ist wird auch der Dispenser ausgelöst. Jetzt machen wir nochmal hier vorne kurz einen Glasblock hin und platzieren dann hier in diesen Dispenser rein einfach einmal eine ganze Menge Knochenmehl. So sollte reichen. Und dann wird es jetzt jedes Mal wenn hier sich was ändert einmal Knochenmehl rausgeschüttet. Und wenn wir jetzt gleichzeitig auch noch Knochenmehl drauf tun seht ihr dass man hier relativ schnell die Glowberries dann auch bekommt. Und die Hälfte davon geht natürlich ins eigene Inventar. Und die anderen gehen hier rein. Ihr könnt das Ganze allerdings auch ohne euer eigenes Bohnenmehl machen. Also ihr könntet auch einfach so Rechtsklick drauf machen. Ist dann allerdings nicht ganz so schnell. Wenn wir stattdessen einfach selber noch Bohnenmehl in die Hand nehmen wird es nochmal schneller. Und wir können es sogar nochmal schneller machen indem wir dann in die Einstellung gehen. Da stellen wir dann einmal den Rechtsklick einfach auf irgendeine andere Taste auf der Tastatur. Zum Beispiel auf die Nulltaste. Und wenn wir jetzt einfach hier die Nulltaste gedrückt halten dann wird das hier nochmal sehr viel schneller gehen. Ihr seht schon ich kann mich da ja mal hinstellen und die Items einsammeln. Ich mache vielleicht nochmal hier die Leiste noch einmal frei. Damit ihr es auch sehen könnt. Und wenn ich das jetzt hier mache dann werdet ihr sehen wie schnell ich hier einfach schon Items bekomme. Und wie gesagt das verbraucht natürlich sehr viel Knochenmehl. Allerdings bekommt man auch extrem schnell hier die Items. Und wenn ihr damit zum Beispiel dekorieren wollt oder sowas. Dann ist das natürlich eine extrem schnelle Variante eben an sehr viele Steaks auch Glowberries zu kommen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt schreibt mal Hashtag Gold in die Kommentare. Und dann würde ich sagen sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.